Moin ihr Golfer da draußen. Heute möchte ich euch den Backboy Compact 3 vorstellen. Dieser Trolley ist in drei Schritten aufgebaut und hat ein kubisches Maß. Wir starten als erstes mit dem Auf- und Abbau. Los geht's. Dann fangen wir jetzt als erstes an mit dem Auf- und Abbau vom Backboy Compact C3. Dieser ist in drei einfachen Schritten aufgebaut. Als allererstes legen wir wie immer hier den Hebel für das Handheld um, damit wir dieses schon mal frei bewegen können. Als zweiten Schritt haben wir hier hinten einen Release Hebel. Diesen betätigen wir einmal, damit dieser die seitlichen Räder einmal vollautomatisch ausklappt. Hier vorne am Hebel einmal am besten dann ziehen. So lange ziehen, bis es eingerastet ist. Das Vorderrad wird ausgelöst durch einen Knopf, den wir hier seitlich sehen. Ich drehe einmal wieder zurück. Das heißt diesen drücken wir und damit ist der Vorderrad schon einmal komplett gelöst. Zum Schluss einmal nur noch das Handheld auf die gewünschte Höhe einstellen und festmachen. Das wäre der komplette Aufbau. Beim Abbau derselbe Weg wieder rückwärts. Hier einmal nur den Hebel wieder lösen. Einmal runter hängen lassen. Dann beim zusammenklappen vorne den roten Knopf einmal drücken. Das Vorderrad geht vollautomatisch rein. Und einmal den Release Hebel drücken. Nach vorne drücken. Und wir können den Trolley komplett zusammenklappen. Zum Schluss nicht vergessen den Hebel fürs Handheld einmal wieder fest zu machen. Und damit wäre der komplette Auf- und Abbau einmal erledigt. Jetzt schauen wir uns den Trolley einmal im Detail an. Wir starten wie immer von unten nach oben. Fangen wir an unten. Ein starres Rad, was wir hier seitlich, wie ich eben schon gezeigt habe, durch Knopfdruck wegknicken können. Wenn wir es komplett lösen wollen, müssen wir es einmal schrauben. Wäre nicht zu empfehlen. Unsere Backhalterung starr mit Nylon Gewebeband, was mit Klettverschluss verschlossen wird. Gehen wir nun weiter auf die hinteren Räder. Wir haben auf der rechten Seite die Bremse sitzen, die wir oben am Handheld. Die zeige ich gleich einmal einrasten können. Egal ob wir auf der linken oder der rechten Seite das Rad montieren. Auf beiden Rädern haben wir die Einkerbung für die Bremse. Beide Räder sind komplett löslich und damit könnten wir den Trolley noch etwas schmaler machen. Aber durch das Einkleppmechanismus ist dieser schon sehr schmal. Gehen wir nun weiter nach oben. So, hier sind wir jetzt oben angekommen. Hier oben haben wir eine variable Backhalterung mit Gummizugbändern. Hier seitlich sehen wir eine Halterung mit einem Regenschirmsymbol. Das heißt, hier können wir auch anstatt in unserem Back den Regenschirm durchstecken, dass der hier unten an der unteren Backhalterung einrastet. Gehen wir nun weiter und schauen uns einmal das Accessoire-Panel an. Ich stelle das noch ein bisschen runter. Das Accessoire-Panel hat folgende Funktion. Hier oben mit der Handbremse, nicht unten, wie bei den meisten Trollys. Die löst, wie ich eben schon erwähnt hatte, auf der rechten Seite aus. Wir haben einen Getränkehalter und Teehalter, einen Bleistifthalter mit äußerem Scorekartenhalter, eine Handyhalterung. Jeweils rechts und links können wir den Regenschirmhalter einstecken und ein Fach, in dem wir unsere Scorekarte, falls es regnen sollte, verstauen können oder andere Annehmlichkeiten. Hier sind nochmal drei Halterungen für Bälle. Wenn wir uns das Handheld von unten einmal ansehen, sehen wir noch, dass bei dem Backboy C3 auch eine ziemlich geräumige und große Tasche ist. Dort kriegen wir locker nochmal unsere Butterbrote rein oder auch noch ein paar Getränke. Weiter geht es dann also zum nächsten Schritt. Schauen wir uns jetzt das Zubehör vom Backboy C3 an. Die Accessoire-Station bietet euch schon einiges an Stauraum und Zubehör. Ihr könnt euch aber noch einen Regenschirmhalter dazu holen und diesen gibt es gleich in zwei Ausführungen. Einmal in Standard und einmal in XL. Die Durchmesser könnt ihr auf den Bildern sehen. Für die großen Menschen unter euch gibt es hier auch eine Verlängerung für den Regenschirmhalter. Diese ist aber nur für den XL Regenschirmhalter erhältlich. Als nächstes zeige ich euch die Transporttasche. Diese ist optimal dazu geeignet, um euren Spind oder euer Auto sauber zu halten. Kommen wir jetzt zu den Farben. Der Trolley ist in den Farben Schwarz, Schwarz-Rot, Silber und Weiß erhältlich. Jetzt schauen wir uns das Gewicht und die Maße zu dem Trolley an. Hier werde ich euch am Ende auch noch eine Tabelle mit allen Werten einblenden. Wir haben ein Gewicht von 6,4 Kilogramm. Die Maße im zusammengeklappten Zustand sind eine Länge von 50 Zentimetern, eine Breite von 32 Zentimetern und eine Höhe von 52 Zentimetern, also sehr kubisch. Im aufgebauten Zustand sind wir dann bei einer Länge von 1,24 Meter, eine Breite von 80 Zentimetern und eine Höhe von 1,12 Meter. Wie versprochen kommt hier jetzt nochmal die Tabelle. Ich hoffe, euch hat das Video über den Backboy C3 gefallen. Ich freue mich, wenn ihr bei den nächsten Videos auch wieder einschaltet und falls ihr noch Fragen habt, haut diese einfach in die Kommentare. Schönes Spiel euch, euer Golfmeier.